1860 x 2 bei diesem Testspiel an der Grünwalder Straße. Die U19 des TSV 1860 München testet gegen die erste Herren des TSV 1860 Weißenburg und die Gäste wollen heute einiges gut machen. Denn in vier Testspielen gab es bisher drei Niederlagen und dazu hagelte es noch 17 Gegentoren. Ganz anders schaut es bei den Junglöwen aus. Bei drei Spielen gab es zwei Siege und ein Unentschieden. Rein geht es in die Partie bei sonnigem aber stürmischem Wetter. Die Gastgeber gewohnt in Blau-Weiß mit der ersten Möglichkeit. Wach probiert es aus 15 Metern, verzieht jedoch leicht. Die Jungs von Coach Schittenhelm übernehmen auch direkt das Spielgeschehen, zeigen ihre Kombinationsstärke. Schöner Pass in den Lauf von Syr. Ist frei durch. Macht er es selbst? Nein, er legt noch mal quer auf Wörl und der trägt den Ball buchstäblich über die Linie. Das 1 zu 0 in der 15. Minute durch Marius Wörl markierte vor zwei Wochen den Siegtreffer gegen Grünwald in der allerletzten Sekunde per Elfmeter und macht das hier ebenso cool. Lob aber auch an Syr, der hier uneigennützig rüberspielt. Und die Junglöwen wollen direkt nachlegen. Wieder wird Syr gesucht, wieder wird er gefunden und diesmal macht er es selbst. Keine zwei Minuten später erhöhen die Hausherren auf 2 zu 0. Die Weißenburger Abwehr viel zu überfordert mit Bällen über die Kette und für Syr ist es ein leichtes, den Ball an Randi im Tor der Gäste vorbeizuschieben. Was kommt als Antwort von den Weißenburgern? Aus dem Spiel heraus geht wenig vielleicht mal über einen ruhenden Ball. Kurz ausgeführt, schöner Trick und in der Mitte kommt Ochsenkiel zum Kopfball. Da hat nicht viel gefehlt zum Anschlusstreffen. Weiterhin sind aber die Münchner Löwenspielbestimmend und zeigen ihr starkes Umschaltspiel. Wieder geht es über links. Wieder über Syr. Zieht in die Mitte, probiert es diesmal selbst. Randi kann nur klatschen lassen und Ohu Targa steht goldrichtig und stoppt ab zum 3 zu 0. Was für ein Offensivfeuerwerk der Hausherren. Innerhalb von fünf Minuten stellen sie hier auf 3 zu 0. Syr mit dem Schlenzer und Randi lässt den Ball genau vor die Füße von Ohu Targa fallen und der steht eben da, wo ein Mittelstürmer stehen muss. Und den Spruch einen Gang runterschalten kennen die Junglöwen gar nicht. Konter über Syr. 1 gegen 1 gegen Randi. Versucht zu umkurven, muss abdrehen, behält aber die Übersicht. Ohu Targa gibt weiter auf Beutel und der wird gelegt. Da gibt es keine zwei Meinungen. Klarer Strafstoß. Jäger kommt zu spät gegen Beutel und somit haben die Münchner die Chance auf 4 zu 0 zu erhöhen. Der Gefaulte tritt selbst an. Beutel verlet den Keeper, aber trifft das Tor nicht. Ärgert sich natürlich, hätte sich hier gern in die Torschützenliste eingetragen. In der zweiten Halbzeit wird dann auf beiden Seiten ordentlich durchgewechselt und das Spiel wird dann auch ausgeglichener. Wieder sind es die Junglöwen. Schönes Kombinationsspiel. Das ist der eingewechselte Zivanovic. Doch kein Problem für Randi im Weißenburger Tor. Auch in der nächsten Szene ist es wieder Zivanovic. Setzt sich gut durch, legt quer auf den mitgelaufenen Häckel und der darf dann direkt mal erfahren, wie es im Herrenbereich zugeht. Starke Grätsche von Leibhardt. Eine Szene haben wir noch. Auerhammer hat hier die Übersicht auf der rechten Seite für Schnitzleien und der legt nochmal ab auf den eingewechselten Pfannen. Das hätte eine Bewerbung für einen Startelfeinsatz sein können, der Schuss jedoch deutlich drüber. Das ist es dann gewesen mit diesem 1860-Duell an der Grünwalder Straße. Die Junglöwen gewinnen souverän ihr nächstes Testspiel. Die Weißenburger hingegen fangen sich erneut drei Gegentreffer. Da muss nächstes Wochenende ein Sieg her gegen die Sportfreunde Dinkelsbühl. Die Hausherren bestätigen auf der anderen Seite ihre Topform. Am Samstag geht es dann gegen den Bezirksligisten ASV Dachau.